Du wirst Penny dort treffen. Ja, komm, wir ziehen uns ein bisschen schicker an, du. Wow, wir sind... Genieke. Wo ist das Festival? Hier. Oh, hey. Na, das sieht doch gut aus. Bei Curry-Herausforderung mitmachen. Ab geht's! Ab geht die Port... Oh, shit. Seit wann sind wir so... Gott, die... Was? Mag sie rauchen? Oh, Jesus. Wie es aussieht, ist, Angelika nicht an scharfes Essen wie Portionen für die Curry-Herausforderung auf dem Gewürzfestival gewohnt. Mit der Zeit und ein bisschen Übung wird sie problemlos die schärfsten Speisen essen können. Gescheitert. Und was ist das hier? Oh, wow. Essen probieren. Cool. Äh, einsiell. Ja! 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 Schuba! Pa, ja! Ja! Schuba! Ja! Garo Moosti Bitte schön, Doof. Nichts. Setzen und versuchen. Super. Habe ich nicht mal in echt probiert. Einziger Mensch auf dieser Welt, der noch nie Shisha geraucht hat. Benutzen. Genau. So würde das bei mir auch aussehen. Who are you? Hör auf zu rauchen. Äh, Blasen machen natürlich. Hallo. Stell dich ihm vor. Der sieht gut aus. Sie ist schon in der Mood. Äh, als was arbeitest du denn? Und... Ähm, was ist deine Lieblingsrabe? Erst ordentlich. Veranstaltung bei Rampenlicht. Ähm... Nach Hobbys fragen. Fragen, ob Sim Single ist. Wir müssen doch wissen, ob der, ähm, eine Freundin hat. Mag die Farbe rot. Mag die Farbe rot. Mag Geige. So, so. Er ist verheiratet. Hahaha. Mag keine Basics, die. Er ist verheiratet. Schade. Schade. Der einzig hübsche Typ hier ist. Er ist verheiratet. Dein Ernst. Just like real life. Just like real life. Tratschen. Oh, warum ist sie traurig? Oh, es gewittert. Schnell nach Hause. Schnell. Süß. Let's go. Etagenrenovierung. Okay. Könnt ihr bitte aufhören, rumzumachen? Die wollen diese Etage... Oh, nein. Dein Ernst. Was soll ich das wissen? Okay. So. Dann gehen wir mal hier hin. Okay. Na gut, dann halt hier. Ich... Dann gehen wir mal hier hin. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Dann würde ich sagen, machen wir nachher Foto Untertitelung des ZDF, 2020 Okay Also, wir haben die Küche renoviert Dann das Und das braucht man nicht unbedingt zeigen Hey! Warum? Die fanden das voll kacke, ich fand das richtig gut, was soll das? Hä? Okay Das war ja jetzt enttäuschend Komm, wir reisen mal Alleine Alleine Ins Fitness Fitness, Fitness, Fitness Sport So, geht er auch mal Frischluft? Frischluft Oh shit Oh shit Oh shit Trainier was das Zeug hat, girl Jesus Christ Boy, what happened to you? Ja, ich weiß, dass ich stinke, ich habe auch Sport gemacht Oh man ey Oh man ey Ausgabe von Pannen und Pleiten Hier am Freitag Hier am Freitag zwischendens Haben sie ausgestrahlt Pannen Dein Ernst? Dings Dings, wir können auf den Flohmarkt gehen Alleine Jesus Ist jetzt hier ausgezogen Mag keine Terrassendeko Okay Sprunghaft Oh nein Mag Winterzauber Musik Singen Aber sprunghaft Er will nichts Ernstes Das ist, das ist ja Bin ich hier auf Tinder oder Wir machen uns mal ran an ihn Uh, romantisch Kompliment über Aussehen machen Anmachssprung Warum guckt er so böse? Nummern austauschen Flirten Kompliment über Aussehen machen Oh, an den machen wir rein Zu rennen Gut, ich muss aufs Klo Klo? Muss es doch irgendwo ein Klöchen geben? Toilette benutzen Ob ich zu ihr rüberkomme Und abhängen möchte Okay Penny Dann komme ich doch zu dir So, so Das ist deine Wohnung Penny Interessant Wie mich 100 Leute Irgendwas fragen Schön wär's Wenn das in echt Auch so wär hier In den alten Ruinen Mitten ins Gesicht Ein Treffer im Gesicht tut weh Vergiss die goldene Regel nicht Wenn du einem Schraubenschlüssel ausweichen kannst Kannst du auch einem Wieder was? Willst du bei mir? Zünde das mal an Alkaramba Nicht brennen Geh mal mal wieder nach Hause Das war ja langweilig Arm verbrannt Jo Das hast du gut gemacht Und An 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 Untertitelung des ZDF, 2020